Biotin. Biotin ist ein Vitamin, ein wasserlösliches Vitamin aus dem B-Komplex. Biotin wird auch bezeichnet als B7 oder auch als Vitamin H. Biotin ist wichtig für den Fettstoffwechsel und den Eiweißstoffwechsel. Biotin soll helfen, dass Haare nicht vorzeitig grau werden, soll helfen gegen Glatzenbildung. Biotin soll auch Muskelschmerzen mindern, soll auch verhindern, dass Eczeme oder Hautausschlag kommen. Biotin trägt zusammen mit B2, B6, Niacin und A zum Beispiel zur Gesundheit, Erhaltung der Haut bei. Wenn man nicht genügend mit Biotin hat, dann kann es Erschöpfungszustände geben, Eczeme können sich bilden, es können Störungen des Fettstoffwechsels entstehen, Haarausfall und Depressionen. Gute Biotinquellen können zum Beispiel sein Soja, auch Bierhefe, Erdnüsse, Vollkornreis, Nüsse und auch Haferflocken. Gute Biotinulla